Hilft deinen Freunden Max und Hugo im Escape Game das Spuk-Schloss. Einem neuen Spiel, das du im Team oder auch allein ab sieben Jahren spielen kannst. Ziel des Spiels ist es, alle Rätsel vor Mitternacht zu lösen, um rechtzeitig aus dem Schloss zu entkommen. Legt die Rätsel in ihre Umschläge und achtet dabei genau auf die Farben. Legt sie dann in die passenden Räume im Schloss. Stellt Max und Hugo in das erste Zimmer. Ihr müsst in jedem Zimmer ein Rätsel lösen, um weiterzukommen. Je nach Schwierigkeitsgrad der Rätsel steht euch mehr oder weniger Zeit zur Verfügung. Ihr könnt die Rätsel mithilfe von verschiedenen Requisiten lösen. Escape Game das Spuk-Schloss. Spiel und Spaß mit Ozu.